Zu Dortmund kurz. Ich glaube, dass wir, ich habe sie nicht umsonst, ganz oben gesehen in dieser Saison und das bleibt auch dabei. Es ist natürlich eine Mannschaft, die natürlich in der einen oder anderen Situation jetzt natürlich auch personelle Probleme hat. Trotzdem sehen wir gerade auch an den Ergebnissen her, weil sie stehen kurz davor, dann wirklich mit den erfolgreichsten Start zu haben. Und das ist in Dortmund, glaube ich, nicht so einfach, noch erfolgreicher zu sein im Start. Dann wissen wir schon, was auf uns zukommt und trotzdem wird es darum gehen, da zu gewinnen. Da hinzufahren, mutig zu sein, klar zu sein und alles daran setzen, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Das muss zu sehen sein. Ob uns das gelingt, das gucken wir danach, aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr guter Hoffnung. Dankeschön. Herr Baumgartalore, Sie haben die personellen Probleme von Dortmund angesprochen. Gerade der Ausfall von Haaland schmerzt dem BVB natürlich. Was verändert sich vielleicht durch den Ausfall des Stürmers im Spiel? Worauf müssen Sie da achten? Also erstmal ist das insgesamt, ob Haaland nun spielt oder nicht, ist insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr guter Kader. Spielerisch, individuell, brauchen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Für uns ändert sich da relativ wenig. Also ich sage mal, wenn Haaland gespielt hätte, dann kennen wir die Gefahr. Und es ist ein Spieler, den du jetzt vielleicht nicht jedes Mal ausgeschaltet kriegst. Aber ich glaube auch Marco Reus oder Mahlen haben auch ihre Qualität. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass es uns leichter wird oder dadurch was groß verändert. Außerdem ist ja nicht Dortmund unser Thema, sondern wir sind unser eigenes Thema. Und wir wollen gucken, dass wir unseren Fußball spielen. Wir wollen gucken, dass wir auch da versuchen werden, natürlich mit einer hohen Intensität zu spielen. Ich glaube, das steht außer Frage. Und alles andere muss man dann wirklich abwarten und sehen, wie es wirklich funktioniert. Weil, und da bleibt dabei, ist nicht umsonst mit der beste Kader, den wir haben, auf den wir treffen. Und für uns ist ja wichtig, das hat ja auch das Pokalspiel gezeigt, dass wir einen sehr, sehr guten, sehr, sehr breiten Kader haben. Auch wenn da einige das eine oder andere gerne mal unken. Ja, warum man so eine Rotation reinbringt, kann ich Ihnen sagen, dass das schon mit einem klaren Gedankengang war. Und für uns auch ein ganz klares Zeichen ist, dass wir, egal mit wem wir spielen, auch jeden einsetzen können. Und das ist das, was für mich zählt. So, der kommt noch mehr jetzt auf die Ich weh, weil es diese, die, die Ich weh, wie immer trainigert wurde. Und zwar. Wir werden sehen, dass wir beidemn, dieМotivitäten abgehend haben.